Musik Werft mir doch bitte die Axt ins Gesicht, das wäre super Ach nein, wir müssen jetzt die Bogenschützen ausschalten Wunderbar, ich bin quasi gar nicht tot Der Speer im Nacken da, der tut mir auf jeden Fall richtig gut Da habe ich auf jeden Fall richtig... Vor allem, ich habe wieder so gekämpft, dass ich quasi Mit zwei Leben nur noch starte, das ist einfach so dumm Was? Das ist immer auch das Beste, wenn die dich gefangen nehmen Und schleifen dich irgendwo nach Querdach, Sierra Leone Guck dir das an Die Sohne, wir nehmen dich mit, mein Sohn Ach, der hat meine Truppen hier Der hat meine Truppen mitgenommen Der nimmt die gefangen Ich muss sie retten Ah, ich habe ja noch ein Schild Ich muss direkt auf den Bogenschütz Was? Was? Also es ist ja schon peinlich, sich einmal von den gefangen nehmen zu lassen, ne? Von diesen Seeräubern Aber zweimal ist schon die Härte Ich will meine Jungs wieder zurück No, 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 no Die haben aber auch so Wurf-Sachen, ey Ich habe gar nichts Was? Das darf nicht wahr sein Weder bei den Loot... Was? Wo bringt er mich hin? Junge, ich will nicht in den Andarktis Wo läuft der... Alter, was sind denn hier so viele? Ich nehme meine Jungs mit Egal, was es kostet Gut, drei kann ich auf jeden Fall locker easy besiegen Wenn ich vielleicht wieder ein bisschen Leben habe Schön wäre jetzt eigentlich noch, wenn dort Backup kommen würde Backup von den anderen Banditen Dieser Frederik Was? Das kann ich so! Das kann ich so! Z, ich hole ich mir, Freundchen Raus aus dem Wald, raus aus dem Wald, Alter Da ist ein Wald-B-B-B-Banditen Ich so, b-b-b-b-b-b Was wollt ihr denn? Das sind vier Banditen? Hallo? Hallo? Habt ihr sie noch alle? Aber wenigstens haben die nur so kleine... Ach, Mann! Oh, mein Gott! Oh, Jesus! Oh, mein Gott! Oh, Jesus! Das macht einfach gar keinen Sinn Ich dachte, ich werde jetzt hier gerade attackiert Ich habe gerade das Lager hier aufgebaut Ist gar nicht wahr! Ich habe es gerade gesagt! Ich werde jetzt hier attackiert Bin ich einmal aus der Stadt raus Vor den Toren Roms stehe ich Bin ich direkt hier von Wild-B-Wald-Banditen attackiert Das kann doch nicht wahr sein Soll ich für die Action mal runtergehen? Hehe, boi Pass auf, ob jetzt die Action kommt Scheiße, ich bin fast tot, Alter Ah, die checken das nicht Soll ich einen Drew Sixx in der R machen? Ja, wunderbar 7.40? Ja, das ist 7.40 Moin Hier oben sind wir sicher Hab einen, hab einen Ich bin ein Gott Ich bin ein Gott in diesem Game Holy shit, einfach Guck mal wie der da sitzt Guck mal wie der da sitzt Er denkt er hätte alles im Griff, aber hat er nicht Hat er nicht Weiß wie ich jetzt Holy shit Ist das schön, dass ich jetzt geschaut bin durch diese dreckige Garnate Ha Got him Oh Angelo doch die Ich bin grad erschrocken Komm einer raus und ich töte dich Komm raus Drei Zwei Eins Ich raste aus Ich raste aus Das gibt's nicht Wie er mit dem Kopf da hoch kam I go, I go, I go I go, I go BIP 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 จ Bis zum nächsten Mal.